In diesem Video geht es um Peter Paul Rubens. Ich erkläre dir, wer Rubens war und was ihn zu einem der berühmtesten Maler aller Zeiten gemacht hat. Peter Paul Rubens war ein berühmter Maler aus Belgien. Er wurde am 28. Juni 1577 geboren und starb am 30. Mai 1640. Rubens war besonders bekannt für seine lebhaften und farbenfrohen Gemälde. Er war einer der wichtigsten Künstler der Barockzeit, einer Epoche in der Kunst, die von etwa 1600 bis 1750 dauerte. Rubens wurde in einer wohlhabenden Familie geboren. Sein Vater war Anwalt und seine Mutter stammte aus einer Familie von Künstlern. Als Rubens zehn Jahre alt war, starb sein Vater und die Familie zog von Deutschland nach Antwerpen in Belgien. Dort begann Rubens seine Ausbildung als Künstler. Er lernte bei verschiedenen Malern und entwickelte seinen eigenen Stil. Rubens ist bekannt für seine lebendigen Bilder, die oft von biblischen oder mythologischen Geschichten inspiriert sind. Einige seiner berühmtesten Gemälde sind die Entführung der Tochter des Leukepos, die Anbetung der Magier und die Himmelfahrt der Maria. Rubens malte auch Porträts von wichtigen Personen und Landschaften. Der Stil von Rubens ist sehr dynamisch und lebhaft. Er benutzte viele kräftige Farben und schuf leuchtende Bilder, die oft Bewegung und Energie zeigen. Rubens war auch ein Meister der Schattierung, das bedeutet, dass er geschickt Licht und Schatten einsetzte, um seinen Gemälden Tiefe und Dreidimensionalität zu verleihen. Peter Paul Rubens hatte großen Einfluss auf andere Künstler seiner Zeit und auch auf spätere Generationen. Viele Maler, wie zum Beispiel die berühmten Künstler Rembrandt und Diego Velázquez, wurden von Rubens Stil und Techniken inspiriert. Noch heute wird Rubens als einer der größten Maler aller Zeiten angesehen. Vielen Dank.